Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute wollen wir uns angucken, wie man primitive Werte injecten kann. Das bedeutet, wie kann ich jetzt hier bitte in meinem Konstruktor nicht einen VideoDB-Service, sondern vielleicht irgendwelche Config-Strings bekommen von meinem App-Modul, die ich vielleicht aber nur als String habe und nicht in einer extra Klasse. Und das funktioniert auch, ist allerdings ein bisschen umständlicher, weil wir müssen natürlich überlegen, okay, hier VideoDB-Service ist ganz klar, das ist eine gewisse Instanz, die wird so oder so vom App-Modul erstellt, aber es kann natürlich sein, dass wir mehrere verschiedene Strings haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Video-Service, beziehungsweise diese Video-Component-Service, die einen String injected haben möchte. Und dann haben wir noch diese App-Component, die will auch noch einen String injected haben und dann müssen wir die beiden Strings auch noch unterscheiden können. Und das machen wir mit dem Add-Inject-Dekorator. Das heißt, ich mache hier einfach mal Add-Inject und ja, der Import wird für mich automatisch sozusagen gegeben. Ich möchte natürlich wieder das Inject aus Angular-Core haben, hier oben einfach eintragen, beziehungsweise hier auf Enter drücken, dann macht eure IDE das Ganze für euch. Und dann müssen wir hier angeben, wie unser String heißt. Und das heißt, wie heißt dieses Ding, das wir jetzt hier injecten wollen. Das können wir uns aussuchen, wie wir das Ganze Ding nennen. Wir nennen es jetzt hier einfach mal die Video-Component-Config. So, und ja, was wir jetzt hier bekommen, Achtung, das muss alles noch hinten dran. Das ist natürlich erstmal wieder die Config vom Typ String. Und ja, das ist es auch schon, was wir hier machen müssen. Das heißt, hiermit definieren wir, wie der String allgemein global sozusagen heißt. Hier sagen wir, wie wir ihn ganz gerne in unserer Klasse nennen würden, beziehungsweise in unserem Konstruktor nennen wollen. Und hier sagen wir, was es für ein Typ ist. Okay, und ja, jetzt müssen wir natürlich noch irgendwas machen. Wir sagen jetzt hier einfach mal console.log. Und ich möchte meine Config loggen. So, und das ist jetzt im Endeffekt schon das, was wir hier drin brauchen. Mehr brauchen wir nicht. Wir sagen, wir brauchen von dem App-Modul einen String, der nennt sich im App-Modul, haben wir den Video-Component-Config genannt. Und ja, hier nennen wir ihn halt einfach mal Config. Okay, so, das App-Modul wiederum muss das Ganze auch definieren. Und das machen wir mit mehreren verschiedenen Arten. Also da brauchen wir jetzt, wir können natürlich mehrere Services auch definieren. Das ist alles kein Problem. Das heißt, ich kann hier einfach, ihr seht ja, das ist sozusagen wieder ein Array. Wir können jetzt hier einfach hinten dran ein Komma machen. Und jetzt können wir hier zum Beispiel wieder ein Video-DB-Service definieren oder irgendeinen anderen Service halt. Aber wir wollen hier jetzt einen primitiven Wert haben, also einen ganz normalen String. Und ja, wir wollen, dass dieser String, also deswegen müssen wir hier diese geschweiften Klammern machen, weil es aus mehr als einem besteht. Wir wollen, dass dieser String provide Doppelpunkt, dass dieser String eben so wie wir haben, wie haben wir den genannt, weiß ich leider schon wieder nicht. Wir haben ihn so genannt, also hier der Name rein und dann ein Komma und hinten dran kommt dann eben der Wert davon. Das heißt, useValue, Doppelpunkt und hier der Wert davon, meine Config. So, und das ist es eigentlich auch schon. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Das heißt, mit dem provide liefern wir eine globale Konfiguration für eben genau diesen Namen Video-Component-Config. Die kann von allen abgegriffen werden, nicht nur von der Video-Component. Die müssen nur den Namen hier kennen und benutzen, dann können die den auch benutzen, also diesen Config-String hier. Und hier useValue, das ist sozusagen der Wert, der dann drinsteckt, der dann am Ende hier in Config drinstehen wird. Okay, wenn ich das jetzt hier mir online angucke, beziehungsweise im Localhost angucke, dann sieht das Ganze so aus, dass wir in unserer Konsole, ja, meine Config drinstehen haben. Hier oben steht es sozusagen drin. Das wurde im Konstruktor einfach hier in die Konsole ausgegeben. Ich weiß gar nicht, ob ihr es richtig sehen könnt. Jetzt, meine Config, das ist eben genau das, was wir hier reingeschrieben haben in useValue. Ich schiebe es mal ganz kurz hier rüber. UseValue, meine Config. Ja, und das wurde erkannt von der Video-Component, weil wir hier gesagt haben, okay, wir suchen nach einem String aus den Providern, der eben Video-Component-Config heißt. Ja, und das ist es eigentlich auch schon für dieses Video. Jetzt wisst ihr, wie ihr noch Strings injecten könnt, wie ihr einen richtigen Service injecten könnt, wisst ihr so oder so. Und das war es von meiner Seite. Wir brauchen dann natürlich keinen Service erstellen, wenn es nur ein String ist oder so. Wir müssen auch nichts importieren, wenn es nur ein ganz normaler String ist, denn, ja, die werden einfach durchgereicht. Das heißt, da reicht es wirklich, hier was anzugeben und da wiederum zu empfangen. Okay, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.